Auf geht's zu Dr. Eggman's Geheimbasis! Lol. So. Oh Gott. Oh, die Teile finde ich auch noch cool. Und? Komm mal, komm mal, komm mal! Oh, der Voll. Voll rein. Sehr gut. Das ist natürlich positiv jetzt. Puh. 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 Puh-puh. Puh. Das ist nicht fair gewesen. Das war richtig ekelhaft, Leute. Ich rush da einfach viel zu schnell durch. Oh Gott. Oh Gott, Gott sei Dank. Puh-puh. Puh-puh-puh. Puh-puh. 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 So Das ist so Klar, dass mir das wieder passiert Hätte er jetzt die Schnacheln ausgefahren gehabt Dann wäre ich schon wieder am Arsch gewesen Geil, tschüss, tot Bung Uch, Leute Ich stelle mich aber auch an wie der letzte Zocker Wow, das ist so great Perfect, sehr gut So, hups Nächster Akt wollen wir doch spielen Nicht den Controller einfach aus der Hand schmeißen Inhalt wird gespeichert So Weiter geht's Buh, 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 buh Buh Hup! Hup, läuft! Ah, okay. Jetzt kapier ich das. Okay, ich konnte nicht mehr mit dem D石asten. Oh, okay. Jungs! Oh, oh. Ich habe keine Ahnung, ob ich richtig loslaufe, liebe Freunde. Ah, okay. Ich weiß, was er von mir wird. So. So. Sehr gut. So. 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 . So. 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 Okay. So. Dann machen wir das so. Oh, wasser? Oh, wasser? Oh, wasser... Oh Gott, ist das knapp immer. Wumm. Mieb, Alter, was hat denn der für ein Fehler? Naja, ich weiß jetzt nicht, ob das so nicht gut war, aber es hat vielleicht ein bisschen Zeitersprache, dass ich einfach mal gesprungen bin. Das ist manchmal gar nicht so verkehrt. Oh Gott. Gut. Guck mal. Oh Gott. Ja, gut. Guck mal. Yes. Oh Gott. Oh nein, ich bin tot. Ach, come on. Alter Schwede. Wieso muss denn das alles so sein? Versteht ihr, wie ich meine? So. Gut. Ich bin einfach mal durchgesprungen. Das war genau richtig. Oh Gott. Gut. Gut. Nice. Sehr geil. Und wir haben es geschafft. Akt 3 ist beendet. Alter. Wir sind ja auch nur gerannt. Hätte mich gewundert, wenn das noch arg viel größer gewesen wäre. Und natürlich spielen wir direkt den nächsten Akt. Bitte Computer nicht ausschalten. Alles klar. Mad Gear Soul. Besiege den echten. Dr. Eggman. Den echten? Das kriegen wir hin. So. Ui. Okay. Jetzt weiß ich, was mit echten Dr. Eggman gemeint worden ist. Ah. Das sind so Bomben. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Der ist wohl stinkig. Okay. Ich kapiere das Spülprinzip. Den hätte ich vermeiden können. Ich muss einfach ein bisschen... Oh Gott. Alter. Macht er mir Damage. Ich habe das Spielprinzip kapiert und jetzt darf ich wahrscheinlich den kompletten noch mal neu machen. Ja. Natürlich. Schön. Ich habe das Spielprinzip. Ich bin so bad Ich hab noch einen Ring Wow, sehr gut Immerhin hab ich Ringe behalten Nice Da freu ich mich ja schon So Ah gut, wir kriegen ja noch mal Ringe Dann ist es ja gar nicht so bad Ah, okay Gut Sehr gut Sehr, sehr gut Easy neu Geil Sehr gut Das war jetzt echt easy Ah, ja, sehr nice So Yeah, eine Rakete von Tails Der kleine Erfinder Eggstation Zone Showdown im Weltraum Ui So, okay Das ist jetzt kaputt Ah, lol Alle nochmal Keine Susse Glaub ich gar nicht Boah Nice Nice Uff Okay Boah, das Ding sieht richtig geil aus Der Weltraum Der Weltraum Gut Sehr, sehr gut Bis jetzt läuft es auf jeden Fall Nächste Ebene Nächste Ebene Wir haben noch keine Ringe für uns Ah, jetzt kommt wieder Das wird gerade eben Okay Okay, hier Boah, okay Boah, jawoll Er hat genau getroffen Genau getroffen Das ist ja geil Jetzt muss ich hier wieder anfangen Ne Boah, da war ein Ding Ein Speichelpunkt Das ist gut Das ist sogar sehr gut Das freut mich Okay Äh Gut Wir probieren es einfach nochmal Was haltet man davon Okay Nice Einmal Äh Ah, ich weiß schon Was ist was Nice Gut Haben wir nochmal Klick gehabt Hui Was macht der denn da oben Okay Das gleiche Prinzip nochmal Komm mal Einmal noch Oh nein Ah, Gott sei Dank Da war ein Leerraum drin Boah, ich wollte gerade heulen schon Okay Gut Schöne Feuer Weg da oben Und Kündig Ah, okay Jetzt kommt das von gerade eben Geht Und Me Wee 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 Ui Geil, ich habe einen Ring erhalten Wie lang die Strecke einfach sein muss Jetzt überlegt mal, ich würde jetzt noch so eine halbe Stunde bei den Gegner brauchen Untertitelung des ZDF für funk, 2017